Und rechts, zwei Worts. Oben auf der Brücke. Da ist einer gelaufen. Ja, down. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte direkt zu Anfang schon mal sagen, sorry, dass zur Zeit Videos und Streams so unregelmäßig sind. Ich bemühe mich regelmäßig Content hier auf YouTube hochzuladen. Aber momentan ist es bei mir nicht ganz möglich. Ich hoffe, das ist für euch so okay. Jetzt noch ein paar Worte zu der heutigen Folge. Wir machen hier einen Run mit Archangel in der Fabrik, wo ich mit einer AKM, mit einem PSO-Scope spiele. Und ja, Paul, es ist möglich in der Factory mit so einem Scope zu spielen, ja. Also zumindest ich mache das. Also es hat weitgehend funktioniert, sagen wir mal so. Ja, okay, dann wünsche ich euch noch viel spannende Unterhaltung und würde sagen, los geht's. Unten? Vor uns, irgendwann. Vor uns, irgendwann. Okay. Okay. Da läuft wieder einer. Der kommt näher, scheint ein Bord zu sein. Da müsst ihr auch rufen, mit der läuft der. Ich höre gar nichts. Mach die Tür auf. Da, wo ich gerade hingucke, da läuft der circa. Also, hier. Ja, ich höre da so ganz leichte Knacksgeräusche, aber nur wirklich ganz leise. Ich mache hier mal Tür zu. Okay. Ich gehe jetzt nach unten. Schön sneaky. Sneaky peeky. Hier läuft einer über uns. Okay, also hier unten scheint... Kommt der? Kommt der? Ja, jetzt höre ich ihn. Es sind mehrere. Aber er hört sich nach Bord an. Guckst du oben? Ich gucke unten. Ich gucke oben, ja. Nicht, dass die da unten da durch pushen. Ja, das ist ein Bord. Ja, ja. Nee, da ist einer. Ist tot. Okay. Hier rennt einer. Hier rennt zwei. Einer ist hier direkt hinter der Mauer hier, weißt du, dieser Betonmauer. Okay. Ich höre einen. Ein Bot. Oh, jetzt hängt das schon wieder an, dass der Russe zehn Stunden labert. Ich glaube, ein Bot ist am Bunker, weil der ist im Stacheldraht irgendwo hängen geblieben. Hier ist einer direkt hinter der Betonmauer. Okay. Unten läuft einer. Und das hört sich so an. Oh, da habe ich wen etwas mehr angehebt. Das war, glaube ich... Also, meins sind Spieler. Schau ich jetzt. Happen. Das ist noch irgendwann. Ja, jetzt kommt einer. Happen. Ich sehe einen. Hier kommt noch einer. Ja, von unten kommt einer. Vorsicht. Ich habe ihn gesehen. Definitiv von unten. Ich habe ihn kurz gesehen. Hast du gezielt? Ja, ich gerade. Okay, okay. Also, der wird jetzt entweder hier hochgehen. Oder... Hinter diesem Stahlblech, weißt du? Ich gehe hinter dem Stahlblech und gucke nicht, dass der da jetzt... ...auftaucht. Da läuft einer. Da läuft einer. Okay, ich habe einen. Bot. Noch ein Bot. Also, pass auf, dass er... Nicht, dass er unten gleich rauskommt. Ich gehe auf die andere Seite, wo das Blech ist, weißt du? Wo man da hochgehen kann. Ich gucke die ganze Zeit runter. Okay, also hier war der noch nicht. Ich kann nicht gut um die Ecken gucken, weißt du, weil ich Dingens habe. Kein Helm. Oh, da läuft einer. Bist du das? Warte, der ist unten. Bei der Lampe. Der ist unten bei der Lampe. Ich bin unten. Warte, warte. Warte, warte. Jetzt auch runter, ne? Ja, ja. Du kannst dann halt in den Gang reingucken. Gerade mal hinlegen. Also, der ist auf jeden Fall. Ne, da läuft einer rechts, oder? Ja, ja, aber der ist... ...wahrscheinlich ein Bot. Scheiße, wenn ich eine Granate hätte, ey. Ich habe auch keine. Oder warte mal. Ich gehe am besten... Bleib mal hier und save mal den Gang. Und ich gehe auf die andere Seite, weißt du. Komm, probieren wir. Probiere ich mal aus. Komm, no risk. Kann... Kann schief gehen. Hast du ihn? Ich habe einen, ja. War der das? Der da unten aus der... Er hat einen Helm, ja. ...aus der Lampe da kam? Okay. Ich glaube, ja. Ja, okay. Dann war das der Typ. Aber ich weiß nicht. Vielleicht waren es auch mehrere. Trotzdem, warte mal. Bleib da. Save mal eben. Ich gehe mal auf die andere Seite. Da dreht sich die ganze Zeit einer. Hörst du das auch? Nee. Da dreht sich einer die ganze Zeit, wie als ob er nicht weiß, wo wir sind, weißt du. Und der sich so vor uns verstecken will. Ja, ja, okay. Das ist gut. Weil ich gehe jetzt nämlich auf die andere Seite. Warte. Ja, jetzt habe ich ihn gehört. Ja, hier. Da läuft einer. Geht du lieber den Bunker jetzt da hin, oder wie? Ich gehe jetzt, wo die zwei Kisten sind oben. Dann die Treppe runter, weißt du. Auf die andere Seite von dem Gang, den du jetzt entlang guckst. Da gehe ich jetzt runter. Damit die halt, äh. Okay, ich gucke jetzt den Gang rein. Vorsicht. Ganz am Ende. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Warte. Ja, jetzt, jetzt genau, ja. Oh, ich habe Angst, ey. Wie ich dich da immer so, so, immer so einen halben Meter nach vorne huschen sehe. Hm. Nee, der ist hier irgendwo. Bei dir? Das wird ein Bot sein. Der sitzt an dem Durchgang, wo es hoch zu dem, äh, zum Bunker geht. Da hoppt der. Und er dreht sich die ganze Zeit nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, weißt du? Mhm. Ja, Bot. Ja, okay, hier ist keiner, hier ist keiner. Ich weiß, wo der ist. Das war auf jeden Fall ein Spieler hier. Ich weiß, wo der ist, aber ich will den nicht pushen, weil, wenn der mit der Shotty einmal trifft. Ja, ich kann den gleich pushen. Also, der hat einen Kiverhelm, der Typ. Das war ein Spieler? Äh, nee, war doch ein Bot. Och. Das ist ja ein Ding. Ich dachte, das wäre ein Spieler. Eine SKS. Nimm mal seine WT-Rig. Äh, brauchst du die SKS? Also, ich lass die mal eben da. Und, äh... Hier ist der. Hier hinter, hier hinter links ist der. In der Wand da. Ja, ja, ja. Ja, dann geh mal den Typen, äh, looten. Ich, ich... Sonst mach ich den mal eben hier. Ja, dann mach du den mal da kalt, genau. Oh, der bewegt sich wieder? Ich hör den die ganze Zeit sich bewegen. Mhm, mhm. Ja. Ich hab ihn. Ich komme. Guck mal eben... Guck mal eben... Ich hab mir den Kiverhelm mal... ...gegackt. Ja, ja, ja. Mach das. Guck mal eben auf den... ...auf die Brücke. Da scheint keiner runter zu snipen. So, ich nimm mal den Painkiller, einfach weil ich dumm bin. Ich lad mal eben nach. Sonst hatte der Bot hier nix mehr, ne? Ja, die SKS halt. Da läuft einer, da läuft einer. Da läuft einer. Da laufen zwei. Einen hab ich. Der andere ist, glaube ich, stehen geblieben. Könnte ein Bot gewesen sein. Oder ein Spieler. Skatespieler. Könnte sein. Mhm. Mhm. Ist auch ziemlich ruhig hier, ne? Oh ja. Ich loote den mal. Ja, ich mach dann so ein bisschen hier. Abdeckung. In Cover, man. Genau. Foul. Das ist nice, weil man kann jetzt die Sider, kann man jetzt foulen. Da läuft einer, ich anlocken. Oh, Set Tool, nice. Morphin. Oso Morphin, ne, ne? Ähm, nee, 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 kannst du sammeln. Ja, der... Ja, der... Ja, der sneakt da irgendwo, oder? Ja, ja, glaub ich auch. Jetzt für die Granate, das wärs Beste. Ist ein Bot gewesen, oder? Den ich jetzt hier gekillt hab. Ja, 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 ja. Okay. Der hat auch ne Siger dabei gehabt. Mhm. Ist ziemlich nice, weil mit der Siger, mit der kann man... Die Siger 9. Mhm. Nein, nein, nicht Siger 9, die andere. Achso. Die ganz normale Siger. Okay. Siger 12. Mit der kann man jetzt ziemlich gut hier reinhauen auf der Map. Mhm. Also, falls ich gleich keine Muni mehr hab. So, die Lunchbox, die werde ich mir mal schnell reinziehen. Ich glaub, in den Büros war noch keiner, oder? So richtig? Zumindest keine Gräutschkampfen von da. Es kam generell noch gar nicht mal so viele Schüsse, oder? Oder kamen überhaupt schon Schüsse? Ja, so ein paar Schalldämpfer. Aber man kann, ne? Dann liegt das doch ziemlich nah, dass wir gegen ein Team spielen, was? Hm. Ja, aber ich weiß nicht. Die Bots, die würden doch jetzt eigentlich da rumschreien, wie die Bekloppen... ...und dann noch mithalten. Der kommt hier in der Treppe runter. Zwei. Okay. Ich passe hier auf. Bei dem Aufgang. Ich glaube... ...der ist hinten die Treppe jetzt runtergegangen. Wo du eben runter bist. Genau. Kann sein, ja. Ich will nicht gucken. Ja, so um die Ecke, weißt du, so... ...mit Q... Da läuft man nach. QE. Rechts von uns. Ja. Tür auf... Tür aufgegangen. Ist oben bei der Dingens. Ja, das ist ein Wort. Schätze ich. Aber wo gibt's da eine Tür? Hier oben, die rote Metalltür. Und das hat sich so angehört, als wäre das bei den Autos. Bei den Parkplätzen da oben. Breaching Raum. Nee, wir sind ja alle eins, ne? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, hört er sich so... Rechts... Ich will hier eigentlich nicht rüber gucken. Hm. Einfach mal rüber schauen, ich sehe... Ich weiß nicht, sollen wir risken und, ähm... ...den Bunker stürmen? Stürmen, vor allem mit zwei Mannen in so einem kleinen Ding. Genau. Hier ist jetzt ein Bot auf der rechten Seite. Der kämpft jetzt hier. Mhm, mhm. Weil hier hinten ist nämlich, glaube ich, eine rote Metalltür. Meine ich. Was hat er hier? Ne, wapa. Ah ja, wapa ist besser als nix. So, jetzt kann ich mir zumindest mal das K-Force-Edge hier unten reinschieben. Und... Und... Hm. Oh, geil. Ja, ja, hier läuft einer. Ne, das war ein Scaf-Spieler hier rechts. Okay. Das ist ein... Das wird ein Scaf-Spieler sein. Weil wer spawnt dann... Ne? Mhm, mhm. Wenn der doch da gewesen wäre, dann müsste der doch von vornherein schon, weißt du? Dann wäre der Bot direkt rausgekommen. Ähm, ja. Oder so... Ich weiß nicht. Einer rechts, einer links. Ich weiß nicht. Ich gucke hier jetzt mal. Warte, da war... Da war wieder Treppengeräusche. Boah, ich hab so einen Schiss da jetzt rauszugehen. Ich auch. Ja, ich hab so einen Schiss da jetzt rausgekommen. Ja. Okay, okay. Ja, hier oben links. Und rechts. Zwei Worts. Oben auf der Brücke. Da ist einer gelaufen. Ja, down. Lad nach. Hier läuft einer rechts. Oder zwei laufen hier rechts. Okay. Hast du ihn? Ich guck mal... Ich guck mal unten. Nicht, dass einer hier... Ja, nicht, dass die uns jetzt hier oben pushen oder hier eine Granate reinwerfen. Oh, 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 oh. Wo haben die dich gesehen? Auf der Brücke? Der liegt jetzt genau an der Treppe, wo es hochgeht. Vom Underground, weißt du? Bei den Silos. Der liegt direkt neben der Treppe. Ja, 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 ja. Der ist quasi die Treppe hochgekommen und hat sich dann da hingelegt. Oh, da läuft einer Metall. Okay, ich habe einen. Das war der Typ. Das war der Typ. Ja, gut, gut, gut. Hier läuft links. Was ist, jetzt kommt einer? Hier links ist doch ein Spieler. Du kannst mir sagen, was du willst. Aber wieso sehen dann die Bots den Typen nicht? Das kann ich auch nicht. Läuft irgendwo einer. Entweder das ist hier oben. Entweder das ist über uns. Über uns. Okay. Ich guck mal eben unten. Nicht, dass einer hier... Ich höre den. Ich höre den normalerweise, wenn da unten einer herläuft. Okay. Ey, so ein Cut. Glaub mal Munition gucken. Okay. Glatt nach. Digga, was ist denn jetzt hier los? Guck mal, ich will laufen. Ich will nach vorne laufen. Wiederwarte. Vorsicht! Der läuft oben im Ding jetzt irgendwo. Bei den Kisten? Okay. Ja, ja, genau. Bei den Kisten. Ich komme jetzt von der anderen Seite hier unten. Okay. Geh jetzt hier unten die Treppe hoch. Und hol den Bot, der hier oben ist. Okay, mach das. Bleib dann erstmal hier und... Boah ich hier erstmal. Loote mal die Bots. Vielleicht finde ich ja noch eine Granate oder so. Also da muss auf jeden Fall noch irgendwo einer sein. Über mir ist einer. Aber ich sehe den nicht, weil irgendwie Dreck da liegt. Okay. Der ist... Irgendwo über mir. Es kann aber auch sein, dass das ein Spieler ist. Der ist nämlich oben am Loch. Oh. Ja, ja, ja. Warte. Guck mal eben da. Ja, der ist oben am Loch. Oben am Loch. Hast du ihn gesehen? Nein, nein. Aber ich höre Holz-Steps jetzt. Er ist Metall-Steps in deiner Holz. Das heißt, er ist von außen nach innen reingegangen. Ich höre Steps. Ich höre auch wieder Steps hier. Scheiße. Lolli, ich kriege Damage. Fuck, 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 fuck. Ich kriege Damage. Ich wurde verletzt. Wer schießt da? Ich nicht. Auf dich? Nein. Ne. Dann hat er irgendwie den Typen gesehen. Oder auf mich? Ja, ich glaube, der schießt auf mich. Ich muss mich mir eben healen. Ich habe ihn. Fuck, fuck, fuck. Der hat mich aber ordentlich erwischt. Also der hat... Ich bin immer noch da. Hier kommt irgendwo einer. Ja. Rappen? Skev? Komm zu dir? Komm zu dir? Ja. Oh, scheiße. Warte. Ich habe mein Magazin verloren. Äh... Läuft, bitte. Der kommt hier runter. Oh, wir haben noch 10 Minuten. Ja, ja. Ich guck mal hier runter. Äh, hoch. Der kommt hier irgendwo ganz nah. Okay. Gut. Warte mal. Ich muss mir eben... ...mein Magazin suchen. Da läuft einer. Der kommt. Du kannst mich safen. Ich muss mir eben... Versuche ich, ja. Ich habe... Ich habe mein... ...Magazin verloren. Ey, wir haben noch 10 Minuten. Ja, wir können ja hier raus gleich. Beim Offspawn. Ja, aber... Also entweder campen hier... ...die anderen Spieler... ...richtig extrem... ...und haben nichts. Hm. Oder... ...oder... Ich habe einfach keinen Plan. Ehrlich. Ich habe keinen Plan. Also wenn du irgendwo ein Magazin... ...finden solltest... ...auf dem Boden hier... ...sag mir Bescheid. Wo habe ich denn den verloren jetzt? Ich muss halt noch meine Quest machen, ne? Ja, genau. Ah, ich habe mein Magazin wieder. Ein blindes Huhn findet auch mal... ...ein Magazin. Hier ist eine AKM. So. Okay, wir machen das jetzt hier mal ein bisschen anders. Ich push gerade mal zum Dingens. Ich gehe auf die andere Seite. Oh, der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Ich gehe auf die andere Seite. Okay, die sind an den Silos. Die sind an den Silos. Wer? Bots? Zwei, ja. Was muss ich denn machen hier? Bei der Leiche musst du gucken. Da ist so ein Letter. Kannst du einsammeln. Okay. Ein Bot. Da ist noch einer. Da läuft noch einer. Also das bin ich jetzt hier oben, ne? Ja. Du sagst ein Letter. Wo ist denn das hier? Auf seiner Brust kannst du das abholen. Normalerweise. Ah. Hab's ja. Ich schau mal aufs Loch. Also im Loch sehe ich keinen. Da läuft einer Metall. Links von uns. Wo war der? Der kam von Nürnberg. Von unten oder was? Hm. Der ist von unten hoch. Und danach ist er, ähm, an den Containern überall. Oh, der hat eine reine AKM. Oh, nice. Ein Spieler? Nein, ein Bot hier. Ah, okay, okay. Aber er hat eine OP-SKS mit einem Visier. Mhm, mhm. Nehme ich mir mal mit. Die ist voll OP. Total, ja. Wir haben noch fünf, äh, sechs Minuten. Ich lauf gerade. Also du hast den Typen gelootet, ne? Also den, die, die Mission. Ja, ja, ja. Okay. Hier ist irgendwo noch einer bei mir. Aber es wird alles, es werden nur Bops sein. Ich bin über dem Bunker. Ah, ich würde jetzt auch nicht zu viel risken, weißt du. Äh, was war das? Mein SKS. Achso. Ich dachte, da wäre jetzt jemand. Hier vorne ist noch ein Bot, den würde ich mir noch gerne holen. Okay, Halle, äh, 3 läuft einer. Unten am Underground. Okay. Da rennt einer, bist du das? Ja, ja, ja. Ich gehe jetzt hoch. Ich gehe hoch. Ja, hier läuft einer Silenced neben mir. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe mich hier. Ja, okay. Aber was ist denn da? Gibt es da irgendwas? Der ist ja im Underground. Okay. Da geht es doch hoch. Ich laufe jetzt mal ein bisschen schneller. Ich sehe einen. Ne. Oh, kann ich schon sagen. Der dreht sich auch die ganze Zeit. Ich schätze mal, das wird ein Spieler sein. Ah, könnte auch ein Bot sein. Ja, ja, hört sich nach dem Bot an. Ich bin jetzt oben, Halle 3. Okay, ich bin über ihm. Ich bin über ihm. Ja, die sind an den ganzen. Äh, die sind hier bei diesem Pump Station. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Aber irgendwie sehe ich die nicht. Die sind an der Ecke. Setze ich mal. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Boah, scheiß Bug. Komm raus. Ich habe einen. Jetzt kommt einer hoch. Halle 3. Halle 3 bei den Autos. Laufst du? Okay, ich bin oben in der Ecke. Ich will mir die jetzt. Also einer ist hier tot. Der, den du siehst davor. Mit der Dreamwester. Den habe ich gekillt. Da ist noch einer unten, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja, ich höre das auch. Ich komme runter. Ich höre ihn die ganze Zeit, wie der sich dreht. Nehmen wir mal gerade hier die SKS. Und dann stürme ich den jetzt mal. Der wird hier rechts sein. Direkt. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wow. Ich bin tot. Ja, 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 ja. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren bei YouTube. Sonst würde ich sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao.